So, damit herzlich willkommen wieder zurück zu Star Wars The Ulti Public Weiter geht's So, jetzt fehlen jetzt tatsächlich noch zwei Mobs Werden wir die beiden Burschens hier nochmal einen Besuch abstatten So, waffen wir uns gleich nochmal So, wunderbar Nebenquist schon mal abgeschlossen Auch wenn wir sie aktiv nicht so machen wollten, aber wir wollten mal wieder ekelhaft dazu gezwungen So So muss das nämlich sein So wird ein Schuh draus So schön sehen ruhig ist ja nichts gefährliches in der Nähe Hm Hm Ob das unsere ehemalige Wächterin ist Schickt mir die Koordinaten, falls ihr sie habt Ich sehe mal nach Koordinatengesinde Seid vorsichtig, Ziffer Ich beobachte euch Hm Unerwartete Verstärkung scheint mir Wird sich zwar herausstellen bzw. zeigen wie viel diese neue Verstärkung taugt und ob sie ihren Wert unter Beweis stellen kann So So Es war so klar, dass ausgerechnet hier ein Goldner steht So Ja dann wollen wir mal Gucken wir doch mal was die Dame für uns hat Ich habe die Leitung zum Hauptquartier der Republik gefunden Kommandos und Schocktrupps Einzelheiten hängen dieser Nachricht an Hm Wir werden Corellia um keinen Preis aufgeben Hm Auf so viel Widerstand ist das Imperium nicht eingestellt Hm Was wisst ihr denn über unsere Truppen und Strategien? Genug um zu erkennen, dass der unsichtbare Feind uns manipuliert Vollendet eure Mission und zerstört den Stützpunkt Aegis Ich habe für eine sichere Leitung zu Nordrazors Hauptquartier gesorgt Wenn ihr euch zurückmeldet, müssen wir einiges besprechen Sie hat da ein Holo-Leg Können wir uns noch mehr Daten von den Computern der Republik holen? Leider nicht Sie haben die Leitung vorgeben gekauft Die sichere Leitung Ich werde euch alles erzählen, Ziffer Wir arbeiten wieder gleichberechtigt zusammen Hm Ja, das war das Problem beim Geheimdienst Man kann niemandem und nichts trauen So Schleichen wir uns mal weiter hier durch die Gegend Aufklärungs-Druide tingelt da hinten rum Ja gut Hm So Na gut, hier kommen wir Hier werden wir nicht drüber rumkommen, die auszuknipsen War so eigentlich nicht geplant, dass die andere Mobgruppe auch noch mitkommt Ich brauche mir das Einsammeln Oh, hier ist ja verkehrt Hätten wir uns vorhin ganz die Mühe machen brauchen und alle einzeln draußen schockieren Hier, Majone Decker, Countdown für den Sprengkopf beginnt Bei 0 zerfällt alles im Stützpunkt Aegis zu winzigen Teilchen Ihr verschwindet besser dort Ne Letzterer an alle Staffeln Luftraum im Stützpunkt Aegis verlassen Los Wow Entkommen aus dem Stützpunkt Gut, dass wir keinen Countdown haben Das würde mich jetzt leicht verunsichern Beziehungsweise beunruhigen So Nix wie raus hier Der unsichtbare Tod verschwindet wieder Frei nach dem Motto Fuck this shit I'm out Fuck this shit I'm out So Muss ich mir wahrscheinlich nebenbei immer mal ein bisschen angewöhnen Das ein oder andere Schimpfwort mal einzubauen Damit wir nicht in diese ekelhafte Copper-Regelung reinfallen Das denke ich mal knapp Das denke ich mal knapp Oh Ernsthaft Widerlischer Feder-Johnny hier Melde dich in der Kommandozentrale Wollte ich aber mal sagen Dadurch, dass wir hier gerade so weit schon fortgeschritten sind Werden wir mal Dezent in den Süden erstmal noch gehen, oder? Na, wobei es nimmt sich glaube ich nicht so dolle viel Naja Gucken wir uns mal da unten erstmal um Jetzt haben wir Glück und finden irgendwo noch einen Bindepunkt zwischendurch Dann bräuchte man nicht allzu weit laufen Nö Ich habe andere Prioritäten Ganz schön anmaßend hier Dahergelaufen Strollig Ich würde mich tatsächlich mal interessieren Wenn man so ein bisschen die Hintergrund Knowledge noch kriegen würde Welchen Schaden das gerade anrichtet Dass der imperiale Geheimdienst gerade quasi inaktiv ist Es wäre tatsächlich ziemlich interessant Oh, was haben wir denn da Schönes Ja, was haben wir denn da Schönes Oh, das sind ja zwei Guldene Hoppala Okay, das war so ein lichter Plan Hoppala Das habe ich gar nicht gesehen Ihr habt das das zwei Guldene worden Das war gerade mein Fehler Weil ich bin ein bisschen übereifrig gerade So, mir scheint wir sollten dann einen davon erstmal stunnen Und den Silbernen als erstes mal ausschalten und liquidieren So Gehen wir das Ganze mal ein bisschen sinnvoller an Sind wir gerade so reingelaufen So YOLO War gerade nicht so praktisch So So Ich habe jetzt erstmal die Kiste als erstes Nicht dass irgendeiner Der gerade vorbeiläuft auf dumme Ideen kommt Das sah ziemlich übel aus So So Gucken wir gleich mal was noch was Schönes gekriegt haben Naja gut, ein paar Handwerksmaterialien Jetzt können wir gleich einen Tieferschachern Ich danke euch So Können wir mal gucken, ob es schon was gebracht hat Ob es schon ein bisschen gelevelt ist Naja, ein Level Immerhin 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 ein Level hat es dazu gekriegt Hat es ein klein bisschen was schon gebracht Naja, Level haben wir fast voll Warum nur ein Level Dann sind wir wirklich in Level 70 So Endlich mal wieder ein Gebiet Wo uns nicht jeder auseinander nehmen will Mal wieder ein imperial freundlichem Gebiet unterwegs So So Wollen wir mal Die Lager von Chaka wurden zerstört Wie kommen wir an den Rumpfbrecher? Ich werde euch sofort mit Darth Janus verbinden Von meinem Schiff aus hatte ich einen fantastischen Ausblick auf euer Werk Die Truppen von Chaka schwirren umher wie verwirrte Insekten Sie haben sich neu formiert, um ihren Bau zu verteidigen Somit ist das Lager des Rumpfbrechers verwundbar Hm Ohne sie ist die Bombe nutzlos Brecht in sein Büro ein, beschafft euch die Codes und meldet euch dann wieder Bis dahin werden meine Leute den Rumpfbrecher bereits haben Hm Sehe ich zwar noch nicht, aber lassen wir uns mal überraschen Sagt euren Leuten, sie sollen sich auf den Angriff vorbereiten, Commander Ich werde mich unverzüglich um Breithaber kümmern Bis ihr die Codes habt, werden wir auch den Rumpfbrecher haben Hoffen wir's Hoffen wir's mal, dass sie den bis dahin haben So, das hätten wir Ah, Level Up Level Up So, das können wir getrost erstmal ignorieren Das ist alles schlechter So Komische neue Knarre So, wo dürfen wir denn da hin? Dürfen wir hier in die Nähe So Schleichen wir uns doch dezent mal hier direkt rein Großen Vorteil haben, dass wir hier direkt sind Schön geschmeidig durchschleichen So Sehr angenehm, wenn man sich tarnen kann Kann ich nicht oft genug sagen Hm Oh ja, sind wir richtig Sehr gut Sind wir doch richtig So Statten wir dem Herrn doch mal einen unangemeldeten Besuch ab Und verschämt halt Nicht mal aufgeräumt Hier nochmal durchschleichen Hoffen wir mal, dass keiner von den Druiden Irgendwie eine Dings Detektionsfähigkeit hat Ja, nein, vielleicht Was das gerade alles an Zeitsporten Mal überlegen, wir müssen uns jetzt hier gerade durch jede einzelne Mobgruppe durchqueren Ist das schon echt hilfreich Ich versichere euch Ich versichere euch Die korelianische Ingenieursgesellschaft hat nichts zu befürchten Der C9X-Druide wird euch gute Dienste leisten Passt nur auf, dass euer Rumpfbrecher nicht in imperiale Hände gerät Wie wir gehört haben, haben sie eure Mauern ja bereits durchbrochen Du spät Das ist zwar lästig, aber kein Problem Selbst wenn das Imperium an unsere Waffe gelangt Ist sie ohne die entsprechenden Codes nutzlos Sag dem Vorstand der CIG, dass ich alles im Griff habe Hier wollen wir tatsächlich mal das machen Nennt mich noch einmal lästig und ihr könnt was erleben Tötet mich nicht Ich tue alles Alles, was ihr wollt Bleibt stark, Brall Es ist besser in Freiheit zu sterben, als unter der Fuchtel des Imperiums zu leben Ihr habt leicht reden Hier Hier habt ihr die Codes des Rumpfbrechers Aber bitte Tut mir nicht weh Zu spät Ja Knipsen wir ihn mal aus Scherker ist am Ende Und die CIG ist als nächstes dran Sie ist dagegen? Ernsthaft? Wir erinnern uns, sie hat ihren eigenen Vater liquidiert, ne? Und hier ist er dagegen, dass man Verräter ausknüpfen Commander Braithaver ist tot Die Detonationscodes sind gesichert Gute Arbeit Dank eures früheren Angriffs haben meine Leute den Rumpfbrecher sichergestellt Und für die Sprengung vorbereitet Darth Charnos will euch inzwischen an Bord der Tears of Tyre sehen Er ist bereit für den Angriff auf die CIG Sehr gut Das sah ziemlich übel aus Okay, warum da auch auf einmal jetzt ein komischer Droide angehischelt kommt Muss ich das gerade verstehen? Er braucht wahrscheinlich Aufmerksamkeit der Droide Wo dürfen wir denn als nächstes hin? Okay Coruscant Äh Äh, nicht Coruscant Coronet Raumhafen Coronet Dürfen wir wieder zurück Ja gut, dass wir das eben erst gemacht hatten Als ob ich es nämlich erahnt habe Denn Sonst hätten wir jetzt nämlich wieder in die Richtung laufen müssen Und wie wir sehen müssen wir jetzt sowieso für beide Quests wieder da oben hin Haben wir richtigen Instinkt gerade wieder bewiesen Wollen wir auch hier schnell ein bisschen was noch schaffen Ein besseres Angebot findet ihr nirgends So, das kann weg Das kann weg Und das kann weg Ihr könnt jederzeit wiederkommen So Ah Okay, wir müssen auf die Fähre anscheinend wieder Gehen wir erstmal auf die Fähre Wir müssen auf die Tears of Taras zurück Scheint mir So Zurück zur Tears of Taras Wollen wir hier Ah ja Ich hasse es, äh, zu Fuß laufen zu müssen All-to-Wend-Stuck-Transporter Da war es wieder So Hier einfach mal ein Teil des Gesprächs weg waren So Hier sind die Detonationscodes Braltava konnte sie gar nicht schnell genug herausgeben Das kann ich mir vorstellen Dank euch gehört der Rumpfbrecher von Scherker Corellia jetzt uns Mit diesen Codes können wir seine Macht wachrufen Commander Yastal hat mir erzählt, was ihr mit Braltava gemacht habt Sein frühes Ende hat Scherkers Widerstand schnell gebrochen Hm Braltavas Bestrafung wird jedem Rebellen auf Corellia zu denken geben Hm 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 Die Chorillianische Ingenieure, um die Chorillianische Ingenieursgesellschaft zu schließen Da wir jetzt den Rumpfbrecher besitzen Können wir die CIG endlich ausschalten Und ihre Angriffe auf unsere Raketenbahnen Aber zuerst müssen wir uns ihrer Armee annehmen Aber zuerst müssen wir uns ihrer Armee annehmen Legionen von Kampfdroiden verteidigen die CIG-Festung Unser Sprengkommando kommt nahe genug heran, um den Rumpfbrecher detonieren zu lassen Haben sie tatsächlich mal gute Vorarbeit geleistet und das Team wirklich vorher besorgt Die CIG muss sie doch irgendwie steuern Stört die Kommunikation mit den Droiden und sie werden die Kontrolle verlieren Ihr habt recht Die CIG verwendet Signaltürme, um ihre Armee zu befehligen Sie sind die einzigen Schwachstellen Wenn ihr die Signaltürme ausschaltet, werden die Droiden verwirrt sein Unser Sprengkommando schleicht sich an, lässt den Rumpfbrecher detonieren Und sprengt die Türen der CIG auf Die CIG wird bald den Kontakt zu ihrer Armee verlieren Wenn ihr die Signaltürme ausgeschaltet habt, kontaktiert Commander Quaid im CIG-Gebiet Er wird euch auf den letzten Angriff vorbereiten Sehr schön Wunderbar So Aber der Republik quasi ihre Verbündeten dann schon mal entzogen Stehen uns bloß noch die restlichen verbliebenen republikanischen Truppen dann gegenüber Wie diese Dinge einfach mal ein massives Hindernis darstellen Wie unrealistisch, als ob man da nicht durchlaufen kann Ja, dann wünsche ich dir schon mal eine gute Nacht Entspannten Abend noch Und morgen einfach mal wie gesagt wieder die Augen offen halten Ob eine Ankündigung bei Discord wieder drin steht Denn wie gesagt, sollte morgen nochmal ein Stream kommen, wird er wieder spontan sein Ja, also am besten mal die Augen offen halten Machen wir dann denke ich mal spontan So Eventuell mal wieder ein Star Wars Battlefront 2 streamen vielleicht morgen Abend Oder wie gesagt, falls wir heute nicht fertig werden sollten mit Corellia, dann Werde ich wahrscheinlich noch mal ein SW2 streamen morgen rein drücken Oh, jetzt schon weit weg Ganz schön weit weg So Ihr seid die ersten meiner Schreckensdiener Eure Gesichter werden mit Siegessymbolen markiert Ich werde Künstler herbestellen, damit sie mit den Sklaven anfangen, mein Sith Lord Aber unsere Verluste Unsere Verluste sind unbedeutend, solange die Republik weinen muss Kommt her, mein Schattenagent und feiert mit Wow, wir werden mal nicht direkt disrespected Ich bin dann begeistert Hm Naja, fürs Imperium, auch wenn wir dunkle Seitepunkte kassieren Die Republik entsendet noch mehr Truppen nach Corellia Ich habe die Daten im Stützpunkt Ergis gefunden Dann sterben die eben auch Ich sehe mir die Daten mal an Mein Sith Lord Die anderen Sith treffen sich zur Beratung Dann muss die Feier wohl warten Geht zurück an eure Arbeit Wow Nicht mal ein Wort des Dankes Das sah ziemlich übel aus Sicherer Kommunikationskanal geöffnet Im Schlüsselungsprogramm wird hochgeladen Jetzt sind wir wieder zusammen Ha, hab ich doch gewusst Hab ich's doch gewusst Ihr fallt ins Koma und schon schlägt die gesamte Galaxis über die Stränge Wie schön, euch wiederzusehen Ich bin auch froh, euch zu sehen Selbst unter diesen Umständen Für Fragen bleibt keine Zeit Die Verschwörer haben den Geheimdienst aufgelöst Weil wir kurz davor standen, ihren Plan zu vereiteln Sie üben auf Corellia einen nie dagewesenen Einfluss aus Ihr seid nicht zufällig hierher versetzt worden Ihr seid hier ihr Endziel aufdecken Und sie bloß stellen, bevor es zu spät ist Das Endziel, das klingt irgendwie falsch Dann müssen wir uns später unterhalten Was habt ihr für mich? Unsere Feinde überwachen und manipulieren militärische Aktivitäten Sie haben die Nachricht von der republikanischen Verstärkung unterdrückt Und bestimmt auch imperiale Dokumente gefälscht Ich brauche einen verlässlichen Überblick über unsere Truppen auf Corellia Mit echten Daten kann ich analysieren, wieso die Verschwörung die Strippen zieht Ihr seid so effizient wie eh und je Der Rat der Sith hat vor kurzem Moffzama entsandt, um eine streng geheime Zählung aller Soldaten, Fahrzeuge und Waffen durchzuführen, die wir verloren haben Er ist inzwischen damit fertig und nimmt in Kürze einen Skyhopper zum Raumhafen Fangt ihn unterwegs ab und holt euch seinen Bericht, bevor der Feind ihn verfälschen kann Ich brauche die Route des Skyhoppers und irgendwas, das seine Aufmerksamkeit erregt Ihr könnt seinen Skyhopper zur Landung zwingen, indem ihr eine Reihe falscher Landefeuer auf dem Schlachtfeld im Tal der Arbeit verteilt Sobald er auf dem Boden ist, wird seine Eskorte von der Imperialen Garde das Schiff beschützen, während ihr ihn aufspürt Dann müsst ihr sehen, wie ihr den Bericht bekommt Wir finden da schon einen Weg, den einen oder anderen Hoffentlich macht er mich nicht für seinen Flugplan verantwortlich Es gibt da ein Kennwort, chromatisch Entweder bringt das Zama dazu, mit euch zu kooperieren, oder es macht ihn misstrauisch Tut, was ihr tun müsst Wir reden dann später So Mit diesen chromatischen Abschlussworten Wollte ich sagen, die Ursache nämlich folgen, Päuschen Aber war es das für diese Folge tatsächlich wieder Bedanke ich mich an euch da draußen auf YouTube fürs Zuschauen Däumchen wäre ein Träumchen, ihr kennt das Spiel Gerne auch ein Abo da lassen, wenn ihr mögt Und ja, nächste Folge geht es dann hier weiter Mit koreanischer Agenten-Action Dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge und möge die Macht mit euch sein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal